Der Polizei wurde mitgeteilt, dass es am 12. Oktober gegen 18 Uhr auf dem Magdeburger Ring Höhe Abfahrt Mittagsstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam. Infolgedessen kam es außerdem zu einem Verkehrsunfall. Am Montag, den 12.10.2020 gegen 18 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem Skoda auf der B71. Auf der Höhe Ausfahrt Mittagsstraße vernahm sie einen lauten Knall auf ihrem Auto. Aufgrund dieses Ereignisses verlangsamte die 45-Jährige ihre Fahrt. Der nachfolgende Verkehr bremste ebenfalls ab, jedoch kam es aufgrund des Vorfalls zwischen zwei nachfolgenden Fahrzeugen zum Unfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme wurde der Polizei bekannt, dass der laute Knall auf einen Gegenstand zurückgeführt werden kann, welcher von drei Kindern oder Jugendlichen vermutlich von der dortigen Brücke auf die Fahrzeuge geworfen wurde. Durch den geworfenen Gegenstand wurde das Fahrzeug der Geschädigten beschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Zu den Kindern oder Jugendlichen ist nichts Näheres bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat diesen Vorfall oder die beschriebenen Personen zum genannten Zeitpunkt beobachten können? Wer kann die Kinder oder Jugendlichen namentlich bekannt machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391 546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.